die 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 8 ja auch schon wunderschön und ich habe auch noch was Dann schmeißen wir her. Boah, das ist so lüse mit diesen... ... rötzen Gängen. So. Ich weiß nicht, sollten wir Stripminen oder... Ich hab keine Ahnung. Was macht man so bei so... Ja, normalerweise versucht man auf eine Höhle zu treffen. Aber das ist definitiv jetzt. Sind wir noch auf keine getroffen. Jetzt zwei dazu. Ich geh mal einfach bis zum Bedrock runter. Ich hab ein Shield, ja. Das hängt gerade. In der 1.9 kommt jetzt seine zweite Hand dazu. Was? Wirklich? Ja. Also, hab ich jedenfalls gehört. Der Wisher ist halt irgendwie... Oder ich weiß nicht, ob das Scherz ist, aber... Es kommt mir mühsam vor. Ich hab zwei Kuchen. So, also wir sind jetzt beim Bedrock unten. Ich glaube, ich brauch den Gang einfach... ... mal eins höher. Ja, weil mir das so oft gemerkt ist... ... dass man immer anstößt. Draußen regnet's. Okay. Ja. Ach so, schaut Kabelstone aus. Aha. Ich hab jetzt das Zustand. Aha. Ich hab jetzt das Zustand. Ja. Wenn das Eisen fertig gebraten ist... ... kannst du aber dann mal... ... in den Ofen mit mir runterkommen. Ja. 17 hab ich schon. Hast du schon irgendwas gefunden? Boah, da gibt's ja nicht die Kalexpiele. Mach mal Eisen... Oh, ich hab Gold gefunden. Eisen Schwert. Ja. Das ist... ... bisschen unsinnvoll. Unsinnvoll. Oder? Eisen Schwerte sind gut. Eisen Spitzer gebraucht. Nur eine werden, oder? Ja. Sonst reicht's. Sonst reicht's. Sonst reicht's. Ja. Kastivis. Ja. Ich hab mal richtig. Den Rest kannst du dann schon mal für die Rüstung ausgeben, wenn noch was da ist. Ich glaub ich mach die Gänge viel zu lang. Hast du eigentlich Kohle mit? Und äh... Super, jetzt wissen die schon, dass wir schon Eisen geholt haben. Ja, das müssen wir irgendwie ausmachen. Hätten wir eigentlich machen müssen, ja. Aber das haben andere auch schon. Das heißt, wir sind eigentlich relativ weit hinten tatsächlich. Okay, warte. Ich versuch dieses ganze Scheiß-Drecks da abzubauen und dann den einen Eingang komplett zu entfernen. Warte, ich geh dann gleich noch das Gold da vorne holen. Ja, mach das. Aber erstmal die Dias hier. Oh, geil. Oh, das sieht wundervoll aus. Zwei. Drei. Vier. Nice. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Machen wir Waffen oder machen wir, ähm... Ich glaube, Dias-Schwerter sind sehr gut. So. Erstmal. Ja, ich würd schon. Wo ist der Aufgang? Auf der anderen Seite. Warte. Einst du? Ja, warte. Da ist der Aufgang. Okay. Warte. Ich und meine Orientierung sind... Ach ja, doch. Tatsache. Warte, ich lasse die Dias mal hier unten. Geht das auch, ähm... Ja, das müsste ich ausgehen. Dann mach ich mir gleich einen Eimer. Mhm. Weil... Äh, braten wir hier noch schonmal Fleisch und, äh... Setz mal ne Truhe auf. Ja, mach ich. Dann tue ich dann schonmal das Wichtigste rein. Denn falls einer von uns stir... Lol. Oh, hab ich mich erschreckt, Junge. Kommt da plötzlich so ein Tobi runtergefallen. Er kann schon sein, dass er noch... Oh, hier ist Gold. Äh, Quatsch. Eisen. Ach stimmt. Mein Fleisch gebe ich auch noch rein. Ich gehe bestimmt gerade in die falsche Richtung. Du bist drauf und dann rein. Oder wo willst du hin? Ja, ich bin nach links gegangen. Aber hier ist noch Eisen. Das ist gut. Ja, warte. Ich komm nicht. Ne, brauchst nicht. Hier ist Ende. Wie ist Ende? Oh, lol. Da gehts immer noch runter. Warte. Ja, aber bleiben wir da unten, wo wir Diamanten gefunden haben. Alter, ich höre... Da, wo einmal Dias sind, wird nicht mehr jetzt sein. Doch, klar. Aber ich glaube, hier ist irgendwo noch eine weitere Hürde, weil ich höre hier Zombies. Ja, da, wo ich glaube ich bin. Ah, okay. Lol. Wieder Dias. Ernsthaft? Ja. Warte, auch was... Ja, wie geil! Weil da ist Obsidian. Ja, dann ist da auch irgendwo Lava. Da, oder? Da ist wieder Dias. Wir haben einfach schon 16 Diamanten. Das will Eis. Alter, die Hülle ist so geil. Doch die anderen Team sind da nicht, aber wir müssen ja theoretischen Namen sehen. Ja. Oh, da ist Lapis Lazuli. Da würde ich aber auf Rüstung gehen, wenn wir jetzt so viele Dias haben, oder? Äh, warte, 24 Diamanten braucht man, um eine komplette Rüstung zu machen. Äh, das heißt, wir könnten schon theoretisch zwei Diamantbrustplatten machen. Jo. Das wäre auch ziemlich bummel. Ich weiß halt nicht, was klüger ist. Eher Damage oder eher... Äh, Haltbarkeit. Äh, hast du eigentlich die Sachen mitgenommen? Ah, ne, hab ich nicht. Dann lass uns mal zurückgehen. Nicht, dass wir uns jetzt hier weiter... Dass wir jetzt hier weitergehen und dann nicht mehr zurückfinden. Ja, das wissen wir schon. Warte, ich brauche ja nur Eis. Ne, komm mal mit. Ne, ich brauche ja nur Eis. Da ist noch ganz viel Eis. Okay. Oh, ich habe einen Lapis vergessen. Ja, das Eis in der Lava lass ich mal. Alter, ich habe schon anderthalb Steck Lapis. Sollen wir eigentlich, äh... Meinst du, es rentiert sich Obsidian zu holen? Äh, brauchen wir nicht, weil Verzauberungstisch ist in der Mitte. Außer wir wollen uns ein eigener machen. Ah ja, stimmt. Ja, mäßig halt. Wir können auch noch ein eigener machen. Müssen wir halt Zuckerrohr finden. Okay, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja. Ich hole, ich hole auch hier das ganze Redstone und so wegen Leveln. Das machen wir Falle. Ja. Auf Easy. Na, ich baue jetzt erstmal einen schönen Geheimeingang, weißt du. Ja. 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 Mal lassen. Ah, hier ist noch mehr Eisen. Bist du schon wieder zurückgegangen? Ja, bin ich. Ja. Ja. Reiser. Reiser, perfekt. Reiser raus? Ja. Noch nen Teck. So, Eis noch mehr gekriegt. So und auf... Alter, da ist noch mehr Alben. Falls er explodiert. Bei mir gewesen. Nix bis hin. Okay, hab ich gehört. Alter, ist das anstrengend, wenn das so dunkel ist. Hast du keine Fakke? Nee. Hab ich alle verbraucht. Dann gebe ich dir die. Ach, Püper. Ja, ich muss jetzt erstmal zurückfinden. Püper. Warte. Da ist eine Fackel. Ich seh deinen Namen, oder? Ja. Ja, bist du. Ja, passt. Ich hab die Fackel in die Kiste gelegt, aber ich hab keine. Essen. Ändern. Äh. Na was? Müsste ich nur noch wissen, wo das zu dir runter geht. Warte. Hier. Kann man verstehen. Äh, da fällt man irgendwo runter. Warte, wo geht das hier hin? Da waren wir gerade. Ah, wirklich. Ah ja, stimmt. So. Geil. 16 Dias. Ich hab noch 23 Eisen. Mh. 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 Äh, ne. Ja. Einmal brauch keinen, warte. Ich geb mal alles rein. Ja, wir können ja mal ausmissen. Braucht jetzt keiner Sau. Ich hab einfach mal alles da rein gegobt. Gef中 den Augen brauchen auch keiner. Ach so, ich wollt mir noch Fackeln besorgen. Ich wollte noch das Gold holen, egal, nochmal später, wir werden eh noch genug Gold finden. Äh, fuck, dann würd ich, genau. Brauchen wir Gold für irgendwas? Ja, Goldöpfel. Ich hab sogar Äpfel. Macht ihr die mit Goldingets oder Maggets? Äh, Goldingets, man kann aber auch mit Goldblöcken welche machen, die... Ja, die sind wirklich geil. Alter, wieviel Gravel hier ist, das ist der Schip. Ich hab auch Redstone mit 2-2-Ingets. Schon wieder Redstone. Noch kein Redstone! Wo? Wie geht das mit Lapislazule? Äh... Also du suchst das Lapislazule und das, was du verzauberest, suchst du in die... 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 in die So, aufweisen. So, aufweisen.